Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle Bomben in den Tag gestartet, die Sonne scheint, alles Bombe. Bitcoin hat heute Nacht nochmal einen kleinen Abverkauf erlebt, aber ist nicht schlimm, wir waren drauf vorbereitet, beziehungsweise ist nichts viel Dramatisches passiert, um ehrlich zu sein. Erstmal lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ein riesen, riesen Dankeschön an euch alle. Wir haben gestern das erfolgreichste Video überhaupt rausgehauen, mit 1500 Aufrufen fast. Also vielen, vielen Dank, ich glaube ich sollte öfters mal zwei Tage Pause machen anscheinend. Also vielen, vielen Dank dafür, für eure kranke Unterstützung, für euren Krankensupport, auch wenn ich jetzt die letzten zwei, drei Tage etwas ruhiger war. Vielen, vielen Dank dafür, ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 39.200 US-Dollar. Wir pumpen gerade momentan ein bisschen Volumen, etwas Mangelware, wir sind hier auf einem 1-Stunden-Chart unterwegs. Wir hatten diesen Abverkauf in Richtung 38.200 US-Dollar, unsere 12 Stunden Demandzone hat gehalten. Also nicht wirklich viel Dramatisches. Was jetzt interessant ist, wir haben auf dem 1-Stunden-Chart eine kleine Bullish Divergence gebildet, also tieferes Tief im Chart, höheres Hoch im RSI. Wir können mal gucken, ob auf dem 4-Stunden-Chart das auch bestätigt wird. Hier sogar nicht, also hier haben wir keine, also auf den kleineren Timeframes haben wir gerade momentan eine Bullish Divergence, die anscheinend momentan ausspielt. Die Zone hat auf jeden Fall gehalten, wir haben kein Lower Low gebildet. Also das ist schon mal extrem wichtig, das heißt die Struktur ist erstmal weiterhin am Laufen. Wir haben auch weiterhin unser Symmetrical Triangle, ich zoome mal ein bisschen raus, wo wir von hier ungefähr ziehen könnten. Das oben, diese kleinere Linie wäre hier der Downtrend weiterhin. Wir sind in diesem Symmetrical Triangle, also momentan ist alles wirklich noch im Soll, wie es laufen soll. Ansonsten wäre es jetzt wichtig, vielleicht hier langsam, aber stetig hoch zu steigen. Wochenende kommt, ist natürlich jetzt wieder ein bisschen skeptisch, wir könnten hoch bis auf ungefähr 41.700 US-Dollar und dann übers Wochenende vielleicht doch nochmal einen kleinen Rücksetzer kriegen in dem Bereich von 38.000 US-Dollar, bis wir dann vielleicht nächste Woche hier wirklich die Kraft endlich mal haben, wirklich auszubrechen. Momentan ist das alles noch ein bisschen skeptisch. Wir rangen hier, sage ich mal, in diesem Symmetrical Triangle, also es ist wenig Bewegung. Volumen war gestern auch krass, ich habe euch ja gesagt, wichtig wäre, wenn diese 4-Stunden-Kendel auf jeden Fall grün schließt. Die hat grün geschlossen, wir haben danach auch eine kleine voluminöse Kerze nach oben hinbekommen, die dann natürlich wieder sofort abverkauft würde, aber wichtig, diese 12 Stunden, die Mahnzone hat erstmal gehalten. Das war für mich persönlich wichtig, mein Stop-Loss ist auch momentan da drunter, das heißt, ich bin weiterhin in meiner Long-Position. Zu den anderen Altcoins kommen wir jetzt dann gleich noch. 4 Stunden E-Mail-Rubbins, weiterhin über uns als Widerstand, die wir ja gestern schon mal mit dieser WIG-Kerze angetestet haben, aber das war für mich eher so eine Liquiditation-Kendel für die ganzen Shorts und nach unten hin dann einfach nochmal für ein paar Longs, die ein bisschen zu spät long gegangen sind oder sonst was, ihren Stop-Loss falsch gelegt haben. Aber momentan hat sich dafür wenig geändert, sage ich mal. RSI auf dem 4-Stunden-Chart, absolut im neutralen Bereich, also wenig, wenig Veränderung. Wir haben hier auf jeden Fall noch Luft deutlich nach oben. Wie gesagt, Wochenende kommt jetzt, wir müssen dann gucken, wie es das CME gibt. Das von letzter Woche haben wir ja dann letztendlich gefüllt. Trotzdem ein bisschen vorsichtig, ich bin eher momentan so in dieser Konsolidierungsphase, sage ich mal, dass wir hier ein bisschen konsolidieren noch, bis wir dann wirklich einen Breakout aus diesem Symmetrical Triangle erleben. Was anderes gibt es momentan oder hat sich beziehungsweise bei Bitcoin wenig geändert jetzt zuletzt. Übergeordnet weiterhin diese Range zwischen 34.000 und 35.000 US-Dollar. Das ist das, was zählt, solange wir nicht nachhaltig über 45.000 US-Dollar kommen, ist einfach weiterhin diese Seitwärtsphase. Dann können wir hier auch nochmal auf 45 hoch und dann wieder auf 34 runter. Also es ist einfach eine Seitwärtsphase momentan. Gut, fangen wir an mit Ethereum. Auch hier wenig Änderung. Hier hat unsere Supportzone auch hier unten gehalten. Also auch alles noch im Rahmen. Wir haben die Supportzone bis zum Ende angetestet. Somit auch hier kein Lower Low erstmal. Das Golden Pocket hat auch hier gehalten. Wir hatten kurz einen Wig drunter, sogar einen Kerzenschluss darunter. Aber wir haben es dann doch wieder drüber geschafft. Wichtig, das 0786 hat gehalten. Wichtig, wenn man das Golden Pocket tradet. Stop Loss erst einmal unter das 0786, weil das dann letztendlich der letzte Support ist, beziehungsweise knapp unter das 0786. Jetzt sieht es momentan ganz gut aus. 2600 US-Dollar. Auch hier kommen jetzt die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Volumen hat hier gestern auch zugenommen. Das heißt, die Bullen haben auf jeden Fall die Kraft momentan, wirklich nach oben hin zu traden. Das andere ist, auch hier haben wir ein Symmetrical Triangle mit deutlich, deutlich mehr Luft. Also das heißt, wir können hier noch deutlich mehr seitwärts gehen als sonst was. Wir haben hier Luft bis 2880 US-Dollar, könnten aber auch nochmal runter in den Bereich von 2500 US-Dollar. Also auch hier eher seitwärts Phase. Jetzt über das Wochenende müssen wir mal schauen, ob wir hier auch drinnen wieder konsolidieren. Im Gegensatz, am Wochenende passiert eh nicht viel. Also so ehrlich muss man sein. Die Pumps kommen und dafür traden wir dann wieder nach unten am Wochenanfang oder sowas. Aber für nächste Woche wäre auch hier interessant, wirklich dieses Symmetrical Triangle nach oben hin zu verlassen. Mit einem bestätigten Retest. Wäre wünschenswert, nicht so wie bei Luna. Mehr gibt es auch bei Ethereum nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal ganz kurz ein paar Altcoins an. Was vor allem interessant ist, wo haben wir es? XRP. Wo haben wir es? So, wo ist es? XRP, XRP. Da. So. XRP pumpt nämlich momentan ein bisschen. Und zwar, ihr wisst ja auch hier, bin ich weiter in meiner Long-Position, die ich bei 0,73 US-Dollar, ich will jetzt nicht lügen, ungefähr aufgemacht habe. Die läuft Bombe. Also wir hatten hier auch nochmal einen Test in diese 4 Stunden, die Mahnzone. Also perfekt reingetestet hier wieder. War auch so das Ziel, wo ich ausgegeben habe, ungefähr 0,73 bis 0,72. Also der Trade läuft auf jeden Fall noch, läuft Bombe. Wir sind jetzt auch hier kurz vor dem Breakout. Was jetzt hier entscheidender ist, wir sind jetzt in 4 Stunden Chart. Wir sind jetzt genau an dieser Neckline unseres Symmetrical Triangles. Der 4 Stunden RSI bei 50 ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir sind noch nicht am Rande des überkauften Bereichs. Jetzt gehen wir mal in die kleineren Timeframes. Auch hier haben wir noch Luft. Wir sind auch hier erst bei 60 auf dem 1 Stunden Chart. Das heißt, wir haben Luft für ein mögliches Breakout, einfach jetzt nach oben zu pumpen, hier diesen Widerstand rauszunehmen, eine Rejection am Monatspriot zu sehen, einen Retest, damit der RSI nochmal abkühlt und dann wirklich hier dieses Breakout nachhaltig zu gestalten. Also das sind ganz andere Voraussetzungen, als wir beim letzten Breakout hatten. Man sieht es hier, wir waren bei diesem Breakout, wo ich schon mal gewarnt habe, ich bin hier nicht überzeugt, dass es wirklich hält, war der RSI bei über 80. Und das sind keine Breakout-Verhältnisse, meines Erachtens nach. Da müsste der RSI ein bisschen weiter unten sein, damit wir Luft haben, ein bisschen zu korrigieren, einen möglichen Retest zu machen und dann nach oben zu pumpen. Und danach sieht es jetzt wirklich aus. Wir pumpen hier bei XRP momentan relativ gut, Volumen ist noch ein bisschen wenig, da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, aber gut, es kann kommen, wir brauchen einfach einen voluminösen Retest. Das heißt, wir gehen nach unten und dann möchte ich die Candle, mindestens die 1-Stunden-Candle, über der letzten 1-Stunden-Candle sehen, damit wir sehen, okay, hier kommt Volumen rein, die Bullen sind an der Kraft dran und wollen hier ausbrechen. Wir sehen auch weiterhin unser Symmetrical Triangle, das ist weiterhin intakt. Wir können uns noch ganz kurz, das Preisziel ist natürlich Wunschvorstellung, sage ich jetzt mal, wenn wir da jetzt nach dem Breakout-Punkt gehen, würde bei ungefähr 1,05 Dollar liegen. Gehen wir das mal ein bisschen weniger an, würde ich sagen, so das Preisziel würde bei ungefähr zwischen 0,95 US-Dollar-Candle und 1 Dollar, je nachdem, wie man dieses Symmetrical Triangle anlegt. Wir haben es hier relativ bullish angelegt, sage ich mal, mit diesem Berührungspunkt, man kann es auch ein bisschen weiter nach innen ziehen, aber ich gehe jetzt mal aus von ungefähr maximal erst mal 1 Dollar ist mein Ziel, dort werde ich dann den Trade wahrscheinlich auch zum größten Teil zumachen und den Rest laufen lassen und danach schreit es wahrscheinlich erst mal wieder nach Korrektur. Hier liegt der Monats-R1, das wäre auch jetzt dann die Möglichkeit, hier nochmal einen Retest zu sehen und dann müssen wir die Situation neu beurteilen, aber jetzt geht es erst mal darum, wir müssen dieses Breakout schaffen und danach sehen wir weiter. Gut, schauen wir uns Phantom an, Phantom, gestern im Livestream noch angesprochen, gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Was ich gestern im Livestream angesprochen habe, wir gehen mal ganz kurz zu dem 4-Stunden-Chart, dieser Schatten hier drüben, diese werden gut und gerne immer wieder gefüllt und das haben wir gestern im Livestream angeguckt, weil wir gestern hier schon in diesem Bereich bei ungefähr 1,24 Dollar waren, habe ich schon gesagt, nicht so gut eigentlich, wir könnten doch nochmal einen Packen runtergehen und wir haben diesen Schatten auf einen Dollar genau gefüllt. Schatten, einfach so, wir hatten diesen krassen Pump, da ist keine Liquidität wieder drin, also keine Supportzone, das ist wie ein Void zu beurteilen, sage ich mal, wurde gefüllt, perfekter Bounce bei 1,15 Dollar, wer den Livestream gestern gesehen hat oder da vielleicht nachgekauft hat, Spot, herzlichen Glückwunsch dafür schon mal, hoffen wir, dass es nachhaltig ist, liegt natürlich auch vieles an Bitcoin, aber momentan sieht es wirklich gut aus, ist für mich auch hier so eine Spot Area, sage ich mal, wo ich Phantom nachkaufen würde, Trade habe ich leider hier nicht mitgemacht, aber Spot auf jeden Fall nachgekauft. Gut, schauen wir uns dann noch zum Schluss Luna an, weil Luna macht ja wieder mal, was es will, haben wir gestern auch angesprochen, wir halten weiterhin die 4 Stunden, im Rubens Volumen, nimmt jetzt langsam ein bisschen ab, also jetzt geht es wirklich langsam wieder in den Bereich ein bisschen Vorsicht, ich habe gehofft, dass wir hier eigentlich nochmal ein höheres Hoch bilden, haben wir aber minimal nicht geschafft, das wäre dann eine perfekte Barrage der Virgins gewesen, wir sind dann ein bisschen nach unten korrigiert, die 4 Stunden im Rubens halten weiterhin noch, für mich ist trotzdem der Bereich von ungefähr 86 bis 84, beziehungsweise 83 US-Dollar interessant, hier liegt die nächste größere Unterstützung, wäre auch ungefähr das Preis, die von diesem Doppeltop dann, in Anführungszeichen, hier unten dann ein bisschen konsolidieren, und dann weiterhin die Fahrt nach oben hin aufnehmen, also das ist so momentan das, was ich bei Luna sehe, nicht shorten, niemals in solche Pumps reinschorten, absolut keine gute Idee, deswegen abwarten, neue Kaufmöglichkeiten oder neue Long-Möglichkeiten werden sich so oder so früher ergeben. Gut, dann noch die News, Südkoreas neuer Präsident hat mehr als 4000 NFTs gemeint, um junge Wähler anzulocken. Nice. Nice. Spaß. Wenn die News interessiert, ich schicke sie euch später noch in die Telegram-Gruppe, ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins Wochenende, also vielen, vielen Dank nochmal für eure kranke Unterstützung, also 1500 Aufrufe, richtig, richtig krass. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, schönes Wochenende, startet gut in den Tag, genießt das sonnige Wetter, wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder. Vielen Dank dafür und wie immer, stay crypto. bis zum nächsten Mal.